Ich hasse dieses Rennen. Es ist richtig scheiße. Das finde ich so gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so zum Kotzen. Anna, bist du so? Anna, ich kann dir nicht zustimmen. Fick Schnitzel. Ficken Arsch. Hallo und herzlich willkommen, ladies and gentlemen, zu einer weiteren saftigen Episode Let's Play GTA 5 Online zusammen mit unserem Gastgeber, Anime-Fan, der aktuell auf Twitch abends streamen ist. Mit auf dem Team Speak haben wir noch die liebe Anna, die liebe Laura und den bösen Witness. Hallo. Hallöchen und hallöchen. Das ist mein zweiter Vorname. Hallo. Das stimmt, Florian, da habe ich recht. Laura ist so hässlich in GTA, habt ihr gerade noch gesehen bei mir. Hallo, alles originalgetreu hier. Ja, genau. Ja, da bin ich noch mal weg. Da bin ich noch ganz schön weg. Komm her, Witness, komm her. Nein, geh weg. Oha. Nein, da war... Oha. Oha. Ich wollte ein frecher. Das war frech. Das war frech. Ich hoffe, das ist kein Empty, die du da klipst. Ich glaube schon. Das ist kein Empty in Empty, das ist Empty in Röhre. Okay, dann geht's dann noch. Aber ist so ein Sommerkind dabei, oder nicht? Ja, der Empty geht direkt in Röhre. Also mit dem Flip. Oha, Witness, ich bin hier drin, mein Freund. Geh weg von mir. Hey, was ist denn bei diesen blauen? Was ist da? Du musst in eine schwarze Röhre reinflippen. Nein, ich bin in die blaue falsch eingeflippt. Ja, ich auch. Fuck. Okay, aber es ist machbar. Du musst von dem blauen Empty in den Tube reinspringen, Anna. Oben in der blauen Tube ist eine Bumpe. Oben rum oder unten rum? Oben rum. Oben. Empty fahren, du musst da in den Tube reinspringen. Tschüss, Laura. Und in der blauen Tube müssen wir uns umdrehen. Hab ich richtig gehört, Witness? Zu früh. Ja, aber erstens ist es doppel geworden. Laura hat gelieeeest. Ich glaube, Internet. Ach, danke, Internet. Ich hasse mein Internet so sehr, ich will. Es ist Premium, ne? Schade, Laura. Eff. Hm, hab schon gesehen, dass es eff. Aber ich wollte mich jetzt mal ein bisschen hier auf die Aufnahme ein bisschen konzentrieren. Oh, das war... Uff. Uff, war das knapp, Junge. Nur ist schräg. Nein, nein, nein. Ich komme einfach schlecht in die blaue Tube rein. So, ich bin jetzt in der Tube. Wie muss man sich denn drehen? Da um so ein Bumper drin sein. Und so ein Bumper. Alter. Wie klein ist bitte diese scheiß Fick-Tube? Ich habe nur die drei Felder. Scheiße. Ja, hoch zu mal mit Koralle ist das halt, ey. Ja. Nein, zu früh. Ey, Junge, ich komme einfach nicht in die richtige Tube rein. Der Fahrer gibt mir keinen Dekobos hat in den Schwer-Augen. Lol. Ich hätte ein Stück runterziehen müssen, um mit der Runde zu fahren. Natürlich, meine Wenigkeit fällt in den Bumper rein. Uff. So, ich bringe schon mal den zweiten Film raus. Und du mal halt kontinuierst. Und von der schwarzen muss ich dann in die blaue, ja? Und die blaue musst du dir in der Tube muss mich rückwärts drehen, Anna. Ich muss mich rückwärts drehen, ja. Ciao. Weil in der Tube ist auch ein Bumper drin. Ja, nee, mache ich nicht. Ach so, Anna, wir glauben an dich. Kann ich auch einfach direkt in die blaue springen? Und ohne mich dann zu drehen? Möglich ist es... Ich würde es dir auch hart gönnen, sag ich, wie es ist. Wuuuuh. Okay, da hinten haben wir eins Koralle. Oh, bitte, ist es auch noch hier? Ja, weil ich die Drehung da oben verkeke wie ein verdammter Noob. Nicht ehrlich, ich Noob gerade. Oh, zu früh, zu früh, zu früh. Oh, 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 oh. Dieser Moment, wenn man einfach weiß, okay, die Koralle, die wird nix. Hallo. Uff. Die ist aber auch da gerade extrem not nice. Das Böse. Mal wieder. Hallö, schimimi, aim. Oh, was will der denn hier erlebt? Der ist schon im Ziel, der hat... NEIN! Puh, als ich einmal in der blauen drin war, ging es eigentlich ohne Probleme. Mein größtes Problem war, wenn ich mir vorbeizt habe, ist, in der blauen Flüge einfach reinzugucken. Oh, der war... Versuch wieder zu cheaten, easy. Ja, gönn dir Anna. Ist klar, Bambi, ist klar. Was ist denn, wenn ich in der blauen Ding bin? Musst du um eine Auswahl finden. Ich muss eine Auswahl finden, okay. Nein. Der muss sich drehen. Genau. Nee, nee, ich drehe mich nicht. Sie überspringt dir die Eintrung und wäre direkt richtig drum drin witness. Hi, Aris. Was? Tipp, du kommst schmutziger. Ja, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Oh, Schatz. Anna, du Tier ist schmutzig. Ich bin danach direkt wieder, weil ich dich hochgezogen habe, ausgefahren. Oh, schade. Ich hoffe, dass haben einige geklippt. Ich hab dich nicht durch. Mann. Ich hoffe, dass haben einige bei dir geklippt, Anna. No! Nein. Entschuldigung. Oh, komm. Wo ist es denn da der Ausfall? Oben, oder was? Flach, Anna. Flach, er ist aber schon. Flach. Hallo? Was? Ich hab's noch einmal geschafft, rückwärts durch die Stangen zu kommen. Das war ein Problem. Stangen und rückwärts. Nein, ich komm nicht hoch, ich komm nicht hoch, ich komm nicht hoch. Ja, Probleme beim Hoch. Ja, ich brauch's ja Hilfe, Laura. Ja. Nee. Ja, okay, danke schön. So rückwärts durch die Stangen, da ist doch oben ein Bumper. Aber wenn ich voll drehst, ich bin ja hier auf Heimann und das ist das Problem. Weil du kannst ja auch sogar eine ganze Runde in der Typ fahren, auch wenn du möchtest. Ja, ist aber auch eine Ball, hast du gesehen, gell? Ja. Oh, fuck. Okay. Ich überdrehe meistens nur mehr zu tief für die, weil wir immer durchfahren wollen. Ah. Hallö, schön, Pate Dormatis. Oh, das ist übrigens der letzte Punkt, wir sind bei 4 von 5 Ares, oh, meine Ahnung. Äh. Okay. Bruh. Oder? Nein. Erstmal ganz genau anschauen. Wie geht's, Mathis? So, schon mal nicht. Ähm. Schafft man nicht. Ähm. Fallen. Ja. Oh, wow. Oh, das war zu früh, das war zu früh, oder? Komm ich hoch, komm ich hoch, komm ich hoch? Ja, ich bin hochgekommen. Nee, der nicht. Schade. Wenn man dann anehrinkt, schafft man alles, Freunde. Kamer, danke schön. Warte, warte, hier. What is wrong with me? Nein, 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 nein. Ah, deswegen hat er dann eine Wall, okay. Eine Wall. Leute, schreibt bitte nicht in mein Endgame. Äh, wo muss ich jetzt, wo muss ich, Alter, oben rausflippen, okay? Dankeschön, Hallöchen, äh, Yoshi. Wow. Okay, Flip. Okay, das ist wieder der Flip, den kennen wir ja. Ob ich behindert bin, dass ich 8 Minuten 25 dafür brauche? Ja. Oh ja, bist du. Ja. So, nach oben. Ist jetzt kein Karma, danke schön. Nein, Karma, gefressen. So verdient. LOL. Ja, easy. Vorm Ziel. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Okay, aber die war jetzt wirklich ein bisschen machbar. Ja, ich habe da nur einen dummen Fehler gemacht bei dem Flip da oben, aber sonst wäre es wahrscheinlich schneller gewesen. Ja, für Leute, die cheaten, ist ja auch machbar. Aber wir haben nicht gescheatet, achso, ich habe alles richtig genommen. Okay. Ich meine auch Anna. Achso. Was? Was? Anna cheat gerne. Ich hatte gerade den Sound gemudelt, was hast du gesagt? Ach, jetzt bist du, ist hier? Ah, du bist das Fitness-Office hergeschlagen. Was? Okay. Ich habe nur gesagt, ich habe 8 Minuten 25 für Schrott gebraucht. Haha. Wie schlecht der einfach ist. Ne, mich auch nicht. Einmal im Jahr darf ich auch mal wirklich schlagen. Viel gut. Das war nice. Ich muss da, ey Bambi, ich muss da echt einen Pornowalken drüberlegen, ne? Was ist da, machst du das echt nicht unbefreit? Nein, die Karma. Oh nein, nein, nein. Wir setzen an der Stelle mal einen kurzen Cut. Nein! Jo, und dann im kurzen Cut sind wir zurück zum zweiten und wirklich letzten Rennen des heutigen Tages. Ein, ja, schnelles und leichtes Rennen wird hier angepriesen. Ah, bin ich schon mal spannend, ne? Mhm. Alter, zieht euch Laura rein. Sehr, 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 sehr. Dein Charakter sieht so murch aus, Mann. So. Hab's verstanden. Du musst auch nur 100.000 zahlen, um das ändern zu können. Ja, aber jetzt geht's wieder. Ich bin arm und hässlich, ich lass mich. Schade, Florian. Du, ne, Gott, sechs, Kurs. Drei Runden. Das kann man, man kann nicht sehen, wie, oh, da kann man sehen, wie, vier sind denn alle pink? Was ist denn hier los? Sehe wie viel, welche Zeit, die man seit Jahren ausgefressen hat, wird gefragt. Ne, du konntest nur sehen, dass du sechs Stück hattest, äh, bei aller Leerlein-Pinguinen. Und hab ich schon einen gehabt, nein, gell? Ich weiß nicht. Ich hab auch noch keinen. Das kann ja manchmal auch nur sein, dass der Bot einen für eine Kunde-Time-Auto-Tab, wenn er aus den Caps macht. Ja, die Dinger sind... Ja, okay, dann. Ja, genau. Ich bin mir zu besicher, dass ich noch... Oh, guck mal, da oben, da oben. Freunde, da oben, kann man sagen, äh... Sensei, Sensei. Alter, was für ein massives Teil. Das war ein Kiesel. Boah, geile Kombi. Sensei, Sensei, was für ein massives Teil. Hä? Wenn man das so sieht, ja? Wow. Sensei, was für ein massives Teil, okay. Woo, sexy zusammengebaut, gefällt mir. Super sexy, Käse. Plus hat die Farbe, die gefällt mir noch mehr. Okay, das geht aber echt. Woo! Abflug. Das war die Widerachterbahn. Okay, das ist aber nice. Müssen wir die Scheiße jetzt zurückfahren, oder warum sind wir zwei Wege... Ja. Wir fahren die Scheiße zurück, Aris. Ja, I know. Gott sei Dank haben wir Kontakt auszumachen. Ich wollte sagen, mit Kontakt wäre es interessant geworden jetzt. Aris, ich komme von hinten. Ich stehe nicht. Da macht die Augen auf Fitness. Aris, ich komme von hinten und bringe Wielfigur, oder Schmidt? Nein! Tschüss, Aris, sah geil aus. Ich rette mich noch, pass auf. Nein! No! Ich habe mich auch noch mal gefressen. Ich möchte anmerken, dass man GTA gar nicht leckt. Hust. Das freut mich, Dekobosser, das freut mich, dass es dir gefallen hat. Weil nur Kamerad voll über Aris gelacht hat, Dekobosser. Hi. Oh, ich bin in einer Aris drin, Freunde. Was? Der war sexy Aris. Der war sexy Aris. Der war böse. Coole Schrecke, muss ich sagen. Hat er echt muy gut zusammengebaut, ey. Ja, Laura, du bist so eine Ratte. Hat er verkackt. Nein, da unten scheint ihr Auto rum, Aris, ich bin voll reingekracht. Ey, das Rennen ist ja mal die größte Scheiße auf dem Aris da hinten. Ey, was habe ich denn gemacht? Da scheint dein pinkes Auto rum und ich bin voll reingekracht. Sorry, ich werde geteilt so de-inster-dem. Wird es in den Dreierabmodus? Nein, ich gemieße das Rennen, wodurch ich will so schnell wie möglich wieder zu achten werden. Außerdem wird da vorne ein Stück von Rundkurse verwendet, die sehr oft auf dem Bonnet-Server gefahren werden, also finde ich das. Ich hasse dieses Rennen. Es ist richtig scheiße. Ich finde es so gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so zum Kotzen. Anna, bist du so ein Rennen? Aber scheiß Rennen, fick scheiße. Fick Schnitzel, ficken Arsch. 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 Anna, es ist heute die Freunde. Ey, das erlebt man auch nicht so oft, ne? Ja, 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 ja. Oh, da kommt was der Gegend. Könntest du dann in mein Auto reinfahren? Kontakt ist aus. Ja, aber wenn du ein Disco hast und rausgehst, dann bleibt dein Auto drauf auf der Karte in einem kurzen Moment. Haha. Ja. Oder du wirst recht nicht gerendet. Sympathisch, das war. Ja, weil bis eben mochte ich dich. Bis eben mochte ich auch noch GTA. Haha. Nein, das stimmt nicht. Mein Alter, leck mich. Jui. Ich hab Spaß. Guck mal, ob ich die oder diesmal... Ich auch, also ich find die Map echt... Ich wollt sagen, die Map ist richtig geil. Oh. Ah, du sollst mal mit, sagen wir mal, sechs, sieben Leuten und dann mit Kontakte, die sie gleich schleifen fahren. Naja. Game over. Ich glaub, dann würden wir uns so anhören wie Anna. Ja. Das war so gut. Das war so ein Pfeilig, ey. Ja. Dicke Wasser. Ja. Dicke Wasser. Ja. Ja, der gehört verbrannt. Ja, der gehört verbrannt. Ja, Alter. Anna hat wieder den Spaß auch. Anna ist ihres Lebens, ey. Ja. Kicken, scheiß. Pack Map. Kann ich ja nicht übeln. Das ist ja richtig geile Map. Ja. Pack Kassi. Wuuu. Vielleicht ist das Ruhmgefahren kurz hier unten. Also mein einziger Kritikpunkt. Und der minimal. Bitte. Ich hab da nicht immer ingame. Wenn ich noch salziger bin, fahr ich nicht in die Hecke. Anna ist salty. Meine Drecksficken-Map, Alter. So ein Scheiß. Da stimme ich dir zu, Anna willst du für das Schreibsilverstorben. Meeow. Ey, stimmt der Anna auch voll zu. Oh, Dicke, was hat ich voll erschrocken, als Anna ausgerastet ist? Cool. Anna, du verstörst unsere weiblichen Zuschauer. Ja, ist mir doch scheißegal. Ja, ist mir doch scheißegal. Junge, Junge, Junge. Du hast eine gute Laune, Junge. Oh, 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 oh. Aber was sollt ich? Ah, ist mutig. Ja, was denn? Kriegst du irgendwann den R6 von Anna wieder, ist dir schon klar? Wenn ich irgendwann nochmal R6 spiele, du schaffst. Okay. Was soll ich ihm da wiedergeben? Der ist auch ohne mein Zutun schlecht genug. Oh, Schnauze. Rundenrennen, let's go! Runde frei. Ja, okay. Coole Sache. Schade, ich hätte gerne Anna noch ein bisschen Runde, muss ich zugeben. Kannst du aber nicht mehr, du bist auch so rund genug. Tschüss. Oh, 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 oh. Warte, die kenne jetzt schon so richtig Sal失ch, Freunde. Ein bisschen aus, ey. juhu. Junge, Junge, Junge. Oh, 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 oh. Ja, ist auch schönes Haus. Aber Bambi hier kannst du schönes bauen lernen. Mal sehen. Alles sehen. Aber das ist mein Wiest heute mit der 6. ÄA... Nein. Haha. Salz schmiedeier fürn. JSON頻wości. So! Ja, Easy! Ja, Easy sag ich auch. richtig easy war das. Sehr geile Map. War echt sauber, ja. Ja, hat mir auch richtig gefallen. Oh, Witness, auch ne richtig saftige Zeit. Ja, ich hab auch echt richtig, richtig tolle Map, macht super viel Spaß. Ich hab gesagt, ab dem Ziel, du. Also Leute, ne, ihr wisst Bescheid. Zum selber zocken findet ihr die Map unten in der Videobeschreibung. Genauso wie die Kanäle vom lieben Anime-Fan. Oder von Enter. Unten alles abchecken, genauso wie unser Pan-Instit-Gaming, unser Merch und so weiter und so fort. Ihr kennt den Text. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.